Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Jump League. Und wo wir die letzten... Crap Master! Crap Master! Die Jahre her sind... Guck nach links! Jetzt hast du meine wunderschöne... Ich wollte dich so introducen, weißt? Ich wollte so sagen, so ey, die letzten Male hatten wir German Let's Play dabei und du nimmst ja auch manchmal mit German Let's Play auf. Und jetzt haben wir dich dabei. Das wäre mal eine krasse Anmoderation für dich gewesen. Die hast du leider komplett verkackt. Tut mir leid, geht das. Aber ich wollte einfach... Weißt du, es war so ein Notice-Me-Senpei. Ich hab gesehen, so Crap Master 2000, Alter. Der ist da am Start. Weißt du, was so ein bisschen das Problem ist, jetzt mit Jump League? Ja? Dass ich hier zuvor tatsächlich sage und schreibe, 45 Minuten Minecraft Flash aufgenommen habe. Und jetzt natürlich ein komplett anderes Gefühl für Sprünge und Geschwindigkeit habe. Deswegen wird das hier so ein bisschen so eine verkrüppelte Runde, nenne ich es jetzt mal. Ja, aber ich mache auch immer am Anfang die Warnung, Leute, ich bin absolut... Weil ich bin auch echt schlecht, was Jump'n'Runs angeht. Und dann wissen die Leute schon Bescheid. Okidoki, weißt du? Es könne den einen oder anderen Fail geben. Wir spielen ja auch, um das mal so nebenbei zu erwähnen, wir spielen auch Team Jump League. Einfach mal, um so auszutesten. Wie wir denn so als Team funktionieren? Team Paludos. Ja, so hieß es ja. Irgendwo, irgendwann hatten wir mal so einen Namen. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Echt? Ich weiß auch nicht mehr, warum wir den hatten. Aber wir hatten ihn. Ok. Ja. Hast du schon wieder vergessen, die gemeinsame Zeit? Schon in Ordnung. Nein. Kedos, ich kann dich niemals vergessen. Die gemeinsame Zeit mit dir ist mir immer sehr, sehr wichtig. Weil du bist sehr krank. Aber hast nicht mehr viel Zeit. Hast du es deinen Zuschauern noch nicht gesagt? Das war also eigentlich, also, das, äh, was, wie springe ich denn? Mein Gott. So, ähm, ich wollte gerade eigentlich irgendwie die Story erzählen, dass du mich ja vergessen hast, als ich neulich mal überraschenderweise vor deiner Türe stand, als der Postbode kam und bei dir geklingelt hat und du hast sehr, so ein bisschen mit müden Äugleien die Türe geöffnet und da stand ich dann einfach. Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Da war auch so Remmidemmi, aber das heißt ja, was heißt vergessen, ich habe dir ja Hallo gesagt. Ja, das stimmt, du hast mir Hallo gesagt. Du bist dann aber auch schon direkt weitergegangen. Und ich dachte so, okay, Kedos hat keine Zeit. Nö, nö, das war, war ich ein bisschen, war ich ein bisschen zu busy. Du weißt ja, also, eigentlich, ich kann es ja jetzt, kann es ja jetzt mal gestehen, ich war der Postbode. Also, das, ich habe nur so getan, als wäre da jemand anders im Haus gewesen. Aber das ist halt inzwischen so einfach so, ähm, ich mache das auch nicht für Geld. Ich mache das freiwillig. Ich bin bei den freiwilligen Postboden. Wer kennt sie nicht, die alten. Wer kennt sie nicht, genau. Und, äh, wir liefern deine Post. Und bei dir habe ich aber auch schon bemerkt, es ist immer sehr, sehr schwierig, da irgendwie an dich ranzukommen, wenn du da wieder, du bestellst auch immer sehr große Pakete. Was ist das denn eigentlich, was du da monatlich bekommst? Äh, Katzenstreu. Junge, dieses eine Modul ist unmachbar. Sorry. Bist du auch bei fünf? Ja, ich bin, ich bin da mit den, mit den Bienen, mit den Hummeln. Bei dieser, bei dieser Stelle, wo man auf den Glasscheiben springen muss, irgendwie so Ja, 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 genau. Okay, schön, dann sind wir beim genau gleichen Senf. Ey, das ist wirklich mega affig mit dieser Glasscheibe. Und das als Modul Nummer fünf. Hast du denn immerhin schon mal? Ich ziehe mich jetzt einfach schon mal an. So, ich muss einfach mal. Ich habe zumindest eine, ich habe eine komplette Goldrüstung. Das ist doch schon mal was. Das ist schon, ich habe, ich habe einen Steinschwert. Ich habe einen Holzschwert, ich habe eine Angel und ich habe mega viel zu essen, was ja sinnvoll ist, weil wir spielen ja im Team und da braucht ja auch jeder von uns irgendwie so ein bisschen was zum Schnabulieren zwischendurch. Ich habe auch Hunger. Hast du heute schon was gegessen? Ich habe nur was getrunken. Ein Smoothie. Ein Smoothie? Ein Smoothie habe ich mir reingezogen, weil ich mir so dachte so, ey, also das mache ich eh öfters mal, habe ich schon mal erzählt. Mega gesunder Boy. Aber weil ich mir so dachte so, ey, wenn du immer noch so ein bisschen am rumkränkeln bist, dann pfeif dir doch jetzt einfach nochmal so viele Fidemins um drauf rein, wie nur möglich. Und häng die ganze Zeit. Ich bin noch nicht mal über diese eine Glasscheibe rausgekommen. Es ist mir auch egal, Leute. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ist mir auch egal. Ich schneide einfach die komplette Jump-Sektion raus und dann heißt das einfach nur noch League oder so. Oder PvP-Pvp. League PvP. Ja. PvP League. Made it. Also nicht, dass man cool ist. Du musst da so um die Ecke springen bei dem, wo du immer bist. Ich habe zumindest den einen Sprung mal hinbekommen. Das heißt, ich kriege hier vielleicht noch eine Kiste raus. Das wäre geil. Oh. Hä? Ach, das waren wir gar nicht. Hä? Es gibt... Hä? Sind wir nicht Freeze-Games und logischer Tömmo... Ah, nee. Shit. Wir sind... Wir sind... Ach Gott. Kenos. Oh Gott, wie heißt du denn nochmal? Äh, ich bin... Ich weiß es nicht. Oh Gott, da ist irgendjemand anders. Da ist irgendjemand anders. Wo bist du? Wo bist du? Bist du das? Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ja, okay. Hast du noch eine Brustplatte? Äh, nö. Okay, okay. Wir machen die. Wir machen die jetzt einfach unsere PvP-Skills. Oh, die haben so richtig, richtig derbisse Crip, ey. Der haut mich auch richtig hier weg. Kriegst du den? Oh, wie unfassbar knapp das war. Okay, da kommt schon wieder einer. Oh Gott. Ich werde gleich downgerackt. Oh, oh nein, die kommt von innen. Nein, hier ist es. Oh, ich bin gestorben. Ich muss laufen, ich muss laufen. Ich bin gestorben. Wo bist du, wo bist du? Ich bin auch gestorben. Was haben wir denn für die Range? Jungen, da kommt die schon wieder. Da bist du. Okay, okay, wie machen wir das? Ja, wir müssen die racken. Komm, 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 drauf. Ich bin drauf, ich bin drauf. Ich habe dem hier gut gegeben. Okay, die sind schon wieder beide auf mir drauf. Oh, ich bin gestorben. Ich bin auch gestorben. Bist du ganz tot? Ja, ich bin schon ganz tot, Kino. Okay, warte, warte. Ich bin in der Hood. Leute, hört doch auf, um mich drauf zu hauen. Hört einfach auf damit. Ich bin weg. Leute, hört doch jetzt auf damit. Hört doch jetzt mal auf. Leute. Kitos? Bist du tot? Hm. Ja. Hm. War schon ein ganz geiler Fail von uns beiden, ne? Leute, also, äh, Mensch, ähm, ich sag mal so. It's a prank. Leute, haben wir euch voll geprankt, Alter, Leute. Oh, krass, ey. Krass, was das für ein Prank war, oder? Ihr seid auch reingefallen, ne? Das waren gar nicht wir. Wir haben die ganze Zeit nur so getan, als würden wir spielen. Junge, wir sind fies Games, wir sind tatsächlich fies Games und logischer T-Mod. Aber wir haben mit der Replay-Mod gespielt, sodass es aussieht, als wärt ihr. Ja, guck mal, da könnt ihr gerade sehen, das bin ich. So. Ich renn ihm hinterher. Junge. Hier, seht ihr? Ja? Da hab ich gespielt. Das ist der krasseste Prank, der in der Minecraft-Szene, glaub ich, je gemacht hat, oder? Alter Junge, das war richtig krass. Oh, das war wirklich... Und ihr seid drauf reingefallen. Ihr seid einfach drauf reingefallen. Oh Mann, Alter. Ihr dachtet, dass wir so spielen würden, ey. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Wir haben richtig gerockt. Unfassbar. Leute, müssen wir uns jetzt auch gar nicht mal weiter reinziehen, wir können euch schon mal verraten. Wir haben die Runde einfach gewonnen. Ja, war auch abzusehen. War abzusehen, ganz klar. Müsst aufpassen, wem oder was ihr glaubt. Ja. Das ist echt... Also, das kann ich leider gar nichts mehr sagen. Checkt auch Paloon aus. Und den man auch Prankmaster 2000 eigentlich nennt. Richtiger Prankster, der geht immer auf die Straße und dann fragt er die Girls nach einem Quick Kiss für irgendwelche... Das mach ich aber, wenn die Kamera aus ist. Wenn die Kamera aus ist, genau. Das sind deine Pranks, wenn die Kamera aus ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen von dieser grandiosen Runde für Prankt.